Hallo. Boah, was machst du denn hier? Ja, was machst du denn hier? Du löscht hier? Eieieiei. Na, gib noch mal ein bisschen was da drüber, du. Wenn du da schon kippst, dann mach richtig. Julian! Ja, gut. Hey, was ist denn hier los? Ich gehe mal stark davon aus, dass du der Julian bist, richtig? Das ist richtig. Und eine Ausbildung als Bögele hast du nicht gemacht. Erklär mir mal gerade, was das hier ist. Hallo, ich wollte gerne mal eine Antwort. Erstens das, dann das. Er stand auf einmal vor der Tür. Ja, weil ich gesagt habe, er soll hierher kommen, weil ich gleich nach Hause komme. Ja, du weißt doch, ich kann mit Kindern nicht so und dann habe ich gedacht, er kann ein bisschen spielen hier. Ein bisschen spielen mit dem Bügeleisen? Hast du Fieber? Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie dem Jungen gesagt, er soll hier bügeln oder was? Ja, ich habe gesagt, er kann sich ja hier ein bisschen beschäftigen.